Der Süden Vietnams. Dieser Pangolin, auch Schuppentier genannt, darf zurück in die Freiheit. Illegal gewildert sollte dieses extrem seltene, nachtaktive Tier in einem Kochtopf oder als traditionelle Medizin enden. Kein Säugetier wird weltweit häufiger geschmuggelt als Pangoline. Wenn sich nicht bald etwas ändert, wird die Tierart in wenigen Jahren von der Erde verschwunden sein. Musik Safe Vietnams Wildlife liegt inmitten Vietnams ältestem Nationalpark Cuc Phong, 140 Kilometer südlich von Hanoi. Das Rettungszentrum nimmt beschlagnahmte Schuppentiere auf, als eines der wenigen in ganz Asien. Tierpfleger Chan Ban Chung schaut jeden Morgen nach ihnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017